Achtung, wichtiger Hinweis. B2Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, der Bundesregierung, dem LGL Bayern, den Gesundheitsämtern sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Und die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, mit Transparenz gegen Fake News. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeiten unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssey. Ja, und bleibt mit uns in Kontakt. Ihr findet uns auf Telegram. Wir sind auch auf Facebook noch zu finden. Schreibt uns eine E-Mail, free-truth-media-gmx.de. Unsere täglichen Filme sowie Sondersendungen gibt es auch auf der Plattform Odyssey. Und unsere Live-Übertragungen, die findet ihr auf D-Live. Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 27. Oktober. Herzlich Willkommen hier bei Free Truth Media. Und natürlich auch heute wieder wie gewohnt für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen und wir beginnen wie gewohnt mit Gesamtdeutschland. Positiv getestet in den letzten 24 Stunden laut dem Robert-Koch-Institut 23.212 Personen. Gesundet in den letzten 24 Stunden 11.200 Personen. Verstorben an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Gesamtdeutschland 114 Personen. Und hospitalisiert heute Stand 18 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister 1.770 Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen und dort auch versorgt werden. Ja und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen in Gesamtdeutschland 174.000. Im Prozent liegen wir bei 0,20%. 99,80% aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt bei 118,0 und der 7-Tage-Ehrwert liegt bei 1,10. Und wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet in den letzten 24 Stunden 5.660 Personen und gesundet in den letzten 24 Stunden 2.800 Personen. Verstorben an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Gesamtbayern laut dem Robert-Koch-Institut 16 Personen. Und hospitalisiert heute Stand 18 Uhr 361 Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen und dort auch versorgt werden. Ja und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen in ganz Bayern 42.400. Im Prozent liegen wir bei 0,32%. 99,68% alle Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für Bayern liegt bei 191,3. Und natürlich auch heute wieder der Vergleich oder der Blick in das Dashboard des Robert-Koch-Instituts, was Bayern betrifft. Und die etwas aktuelleren Zahlen des LGL in Bayern. Heute 5.660 Fälle laut dem Robert-Koch-Institut. Laut dem LGL sind es in Bayern 4.847 neue positive PCR-Tests in den letzten 24 Stunden. Denn wir haben heute in Bayern 1.258 Nachmeldungen und 57 Löschungen. Und ihr wisst, von wann die Nachmeldungen genau kommen, das ist sehr schwierig. Also das kann auch von vor 10 oder 15 Tagen ein Fall gewesen sein, der heute nachgemeldet wird. Und auch bei den Personen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, vermeldet es Robert-Koch-Institut 16 in den letzten 24 Stunden in Bayern. Das LGL in Bayern vermeldet zwei Personen, die an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden verstorben sind. Denn wir haben heute in Bayern 16 Nachmeldungen und auch zwei Löschungen. Das soviel zum Vergleich und die Transparenz der Zahlen. Und jetzt noch der Blick auf die Belegung der Intensivstationen. Heute am 27. Oktober stand 18 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute in Bayern bei 11,6 Prozent und im Nachbarland Baden-Württemberg bei 10,6 Prozent. Das waren die Zahlen zusammengefasst für Mittwoch, den 27. Oktober. Und wir schauen zusammen in die Meldungen. Ach, da war es doch kurz der falsche Knopf am Mittwoch. Aber wie wäre es denn auch, wenn man mal immer den richtigen trifft? Ja, die Meldungen heute kein 3G. Ganz wichtige Entscheidung oder ganz wichtige Mitteilung. Denn immer wieder machen Arztpraxen die 3G-Regel zur Voraussetzung für medizinische Behandlungen. Das hatten wir auch schon hier in der Sendung öfters mal als Thema. Und dem Bundesgesundheitsministerium zufolge ist dies nicht rechtens. Also ganz wichtig, denn Vertragsärzte sind verpflichtet, Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und die Behandlung dürfen sie nicht von der Einhaltung der 3G-Regel abhängig machen, so ein Sprecher des Ministeriums gegenüber der Zeitung Die Welt. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung weist darauf hin, dass es für einen sicheren Praxisbetrieb auch Alternativen gebe. Die Praxen dürfen organisatorisch regeln, dass ungeimpfte und ungetestete Patienten beispielsweise während speziell eingerichteter Sprechzeiten behandelt werden. Und der Wunsch nach Schutz anderer Patienten, des Praxispersonals und der Ärzte selbst sei verständlich und nachvollziehbar. Aber eben, sie dürfen keine Personen nicht behandeln oder sie dürfen Personen nicht behandeln, die eben nicht mit 3G konform sind. Das heißt also, ich darf immer zum Arzt, auch wenn ich nicht getestet, nicht geimpft, nicht genesen bin. So viel das mal als wichtige Information. Und auch ein, ja, doch ein wichtiges Urteil hat es gegeben. Denn Familiengerichte sind grundsätzlich nicht befugt, Corona-Maßnahmen an Schulen außer Kraft zu setzen. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt grundsätzlich geklärt, wie die Karlsruhe Richterinnen und Richter mitteilen. Ja, Familienrichter können demnach gegenüber schulischen Behörden prinzipiell keine Anordnungen zur Durchsetzung des Kindeswohls erlassen. Ja, die gerichtliche Kontrolle in diesem Bereich obliege ausschließlich den Verwaltungsgerichten. Die Frage hatte im Frühjahr Brisanz bekommen, als ein Weimarer Familienrichter zwei Schulkinder auf Antrag ihrer Eltern im Eilverfahren von der Maskenpflicht freistellte. Das hatten wir hier als Thema und ja, da gab es ja auch für den Richter in Weimar damals ziemlich viel Ärger und daraufhin auch Kundgebungen in Weimar eben für diesen Richter. Und jetzt hat man hier eben entschieden, dass es nicht die Kompetenz des Familiengerichts ist, sondern ausschließlich eben ein BGH. Aha, das soviel zu dieser Meldung, was auch wichtig ist und ja, jetzt kommen so ein paar Meldungen am Stück und ich bin mal gespannt, ob es euch bei der dritten Meldung auffällt, denn Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek will für die Bundesländer größtmögliche Flexibilität bei der Corona-Übergangsregelung. Nachdem SPD, Grüne und FDP am Mittwoch erklärt hatten, den pandemischen Ausnahmezustand auslaufen zu lassen und ihn durch eine bis zum 20. März 2022 laufende Übergangsregelung zu ersetzen, sagte Holecek, er begrüße es, dass das Problem schnell angegangen und eine einheitliche Rechtsgrundlage geschaffen werde. Und er fordert die Parteien einer künftigen Ampelkoalition aber auch auf, ein Nachsteuern bei konkreten Maßnahmen möglich zu machen, um auf zunehmende Infektionszahlen reagieren zu können. Es ist nicht sinnvoll, dass die Landtage künftig in ihrem Recht zur Eindämmung der Corona-Infektionen beschnitten werden sollen und selbst über eine epidemische Lage in ihrem Land zu entscheiden, erklärt der Minister laut einer Mitteilung. Und Holecek schlug außerdem vor, Ausgleichszahlungen für Kliniken fortzusetzen, die wegen der Versorgung von Covid-19-Patienten finanziell belastet seien. Meldung Nummer zwei. Deutliche Kritik aus Bayern an Plänen der Ampelparteien. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek hat die Pläne von SPD, Grüne und FDP im Bund zur künftigen Rechtslage in der Pandemie kritisiert. Es gebe weiterhin eine Notlage von internationaler Tragweite, sagt der CSU-Politiker, der auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist. Und deshalb brauchen die Länder größtmögliche Flexibilität, um auf zunehmende Infektionszahlen reagieren zu können. Es sei nicht sinnvoll, dass die Landtage künftig in ihrem Recht beschnitten werden sollten, selbst über eine epidemische Lage in ihrem Land zu entscheiden. Und auch der von den drei möglichen künftigen Koalitionspartnern genannte Termin für das Ende der Corona-Lage müsse bezweifelt werden. Der Winter kommt, die Infektionszahlen steigen, die Pandemie bleibt unberechenbar. Und ob sie am 20. März 2022 vorbei sein wird, weiß heute niemand, so der Herr Holecek. Ja, und der Plan der Ampeln nach dem 25.11. Vielleicht ist euch aufgefallen, normalerweise kommt immer, Herr Söder fordert, Söder fordert, Ministerpräsident von Bayern, Söder fordert. Aber es ist momentan der Herr Holecek, der sich da immer wieder ins Gespräch bringt. Ja, er ist der Vorsitzende der Gesundheitsminister im Allgemeinen, aber dennoch ist es sehr still um den Herrn Söder geworden. Und ich habe mir dann heute mal angeschaut, was ist denn der Plan der Ampel, falls sie auch so stattfindet, nach dem 25.11., also wenn die epidemische Lage von nationaler Tragweite ausläuft. Und diese Corona-Regeln sind dann geplant. Eckpunkt der Ampelparteien, der besondere umstrittene Paragraf 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes soll abgeschafft werden. Und die Corona-Maßnahmen insgesamt sollen weniger eingriffsintensiv sein und am 20. März 2022 endgültig auslaufen. Das ist der Plan. Noch steht die Ampelkoalition nicht, aber sie hat bereits einen Plan, wie es in der Corona-Politik weitergehen soll. Zentraler Punkt, die seit März 2020 geltende epidemische Lage von nationaler Tragweite soll beendet werden. Der Begriff kommt aus Paragraf 5 des Infektionsschutzgesetzes. Er sieht vor, dass die Bundesregierung bzw. der Bundesgesundheitsminister diverse Maßnahmen per Rechtsverordnung in Kraft setzen kann. Und solange diese epidemische Lage von nationaler Tragweite gilt und seit März 2021 muss die Feststellung eben dieser epidemischen Lage vom Bundestag alle drei Monate bekräftigt werden, sonst läuft sie aus. Und zuletzt hat man das ja am 25. August mit den Stimmen der Großen Koalition gemacht. Und am 25. November sind die drei Monate vorbei und die Opposition stimmte damals geschlossen mit Nein. Ein weiteres Mal würde auch der amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU die epidemische Lage nicht verlängern wollen. Amtierend, ich glaube, ist aber nur noch kommissarisch seit gestern. Ja, die epidemische Lage von nationaler Tragweite nach Paragraf 5 Infektionsschutzgesetz endet mit Ablauf des 24. November. Heißt es in einem zweiseitigen Eckpunktepapier, dass eben die Grünen, die SPD und die FDP sich geeinigt haben und sie wird nicht verlängert. So viel steht schon mal fest, denn die Voraussetzungen liegen nicht mehr vor. Und der SPD-Fraktionsvize der Dirk Wiese und die grüne Fraktionsvorsitzende die Katrin Göring-Eckardt und FDP-Fraktionsvorsitzende, Fraktionsgeschäftsführer der Marco Buschmann stellten die Eckpunkte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vor. Und da haben wir heute mal reingeschaut, denn es ist ganz wichtig, was die da beschlossen haben. Kein Lockdown und keine Schulschließungen. Und besonders wichtig war Buschmann Punkt 3 des Eckpunktepapiers, der eingriffsintensive Maßnahmekatalog aus dem besonders umstrittenen Paragraf 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes werde nach Beendigung der epidemischen Lage im Bundesgebiet keine Anwendung mehr finden, heißt es dort. Maßnahmen wie in einem Lockdown dürfen die Bundesländer danach auch eigenmächtig nicht mehr verhängen. Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es mit uns nicht mehr geben, sagte auch Wiese. Und der SPD-Politiker betonte jedoch zugleich, dass der 25. November kein Freedom Day sein soll, also kein Tag, an dem alle Maßnahmen abgeschäft werden. Aber es kommen schon klare Worte. Und bis zum Frühlingsanfang, eben am 20. März, soll eine neue Rechtsgrundlage gelten. Und die Bundesländer sollen die Möglichkeit erhalten, in diesem Übergangszeitraum folgende Maßnahmen anzuordnen, soweit sie zur Verhinderung einer erneuten dynamischen Verbreitung von Covid-19 erforderlich sind und die spätestens am 20. März auslaufen sollen. Also was dürfen dann die Länder? Ja, eine Maskenpflicht weiterhin bestehen lassen. Dann eben 3G-Regeln in Bereichen, die in besonderer Weise geeignet sind, zu einer Verbreitung von Covid-19 beizutragen. Hygienekonzepte für Veranstaltungen, Betriebe und die Gastronomie. Abstandsgebote im öffentlichen Raum, womit vornehmlich öffentliche Innenräume gemeint sind. Und Verarbeitung von Kontaktdaten, zum Beispiel in Restaurants und Geschäften, ohne dabei jedoch Menschen ohne mobile Endgeräte vom öffentlichen Leben auszuschließen. Und Auflagen für den Betrieb von Schulen, Hochschulen und dergleichen. Das soll noch gemacht werden können in den Ländern, aber eben keine Lockdowns mehr verhängt werden. Und in dem Papier hieß es, dies seien weniger eingriffsintensive Maßnahmen als die bisher möglichen. Und in der Pressekonferenz stellte Buschmann klar, dass das Enddatum 20. März unter der Voraussetzung gelte, dass bis dahin keine gefährlichen Mutationen oder andere unerwartete Probleme auftreten. Also man lässt sich da auch schon eine kleine Hintertür offen. Verlängert werden sollen die Sonderregeln zum Entschädigungsanspruch von erwerbstätigen Eltern, die von Quarantänemaßnahmen in Kitas und Schulen betroffen sind. Und ebenfalls verlängert werden die Befugnisse von Arbeitgebern, Daten ihrer Beschäftigten zum Impfstatus zu speichern. Das betrifft schon bisher nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflege- und Ausbildungseinrichtungen sowie Massenunterkünften. Und auch der in der Pandemie eingeführte vereinfachte Zugang zur Grundsicherung sowie Maßnahmen der Corona-Arbeitsschutzverordnung sollen beibehalten werden. Und all diese Verlängerungen enden am 20. März. Und noch darüber hinaus sollen die Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld gelten. Und die Aussetzung der Mindesteinskommensgrenze bei der Künstlersozialkalise soll bis Ende 2020 verlängert werden. Das sind die Pläne der Ampel, falls sie denn dann kommt. Und eben wichtig, jetzt erst mal die Aussage, keine Lockdowns mehr. Ja, und dann habe ich heute was gefunden, eine Meldung. Denn der Bill Gates kritisiert das Aussetzen von Patentschutz auf Corona-Impfstoff als das Dümmste. Man muss sich das ja so vorstellen, man fragt sich immer wieder Bill Gates, was hat der außer viel Geld? Wahnsinnig viel Einfluss. Aber er ist eigentlich ja kein Politiker. Er führt eine Stiftung mit seiner Frau zusammen. Aber er kriegt trotzdem immer wieder Plattformen aufgrund eben von seinem finanziell wahnsinnig hohen Einfluss. Die Aussetzung von Patenten auf Corona-Impfstoffe hätte nach Auffassung von Bill Gates nicht zu einer weltweit gerechteren Verteilung geführt. Und im Interview mit Zeit Online am Donnerstag sagt der Milliardär und Gründer der Bill & Melinda Gates Stiftung, die weltweit Milliarden in Gesundheitsprogramme und Impfkampagnen investiert. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Weiter betonte er, wir werden Mitte 2022 in Impfstoff schwimmen. Ironisch fügt er hinzu, aber wenn man den Erfindergeist in der Pharmabranche abwürgen will, dann ist das Aussetzen von Patenten brillant. Man sollte immer damit drohen, dass die Firmen keinen Patentschutz haben werden. Dass der Corona-Impfstoff weltweit nicht fair verteilt wurde, liegt nach Gates Einschätzung unter anderem daran, dass die USA ihrer Führungsrolle nicht gerecht geworden sind. Und Deutschland hingegen sei zu einem der wichtigsten Geberländer für die globale Gesundheit geworden. Ich wünsche mehr Deutsche wüssten davon und könnten nach Afrika reisen und dort den Nutzen sehen, sagte Gates. Also eigentlich ein Privatmann mit viel Geld, der hier in Sachen mitmischt, mitredet. Schon unglaublich. Ja, und dann auch wieder Panikmodus berechtigt. Es gab heute wieder mehrere Meldungen in bayerischen Ausgaben von Zeitungen, hier Passauer Neue Presse. Klinik verschiebt planbare Operationen. Headline fett und breit. Am Dienstag waren alle Intensivbetten belegt. Besonders viele Fälle werden am Mülldorfer Klinikstandort betreut. Da denkt man mal wieder, um Gottes Willen, was ist da los? Ja, die Lage im Inklinikum ist angespannt, so fasst Pressesprecher Mike Schmitze die aktuelle Situation zusammen. Seit vergangenem Freitag haben sich die Corona-Patienten, die im Inklinikum mit seinen Standorten Altöttingen, Burghausen und Mühldorf betreut werden, auf aktuell 41 verdoppelt. Das führe unter anderem dazu, dass am Dienstag im gesamten Klinikum alle Intensivbetten belegt waren von Covid und von Nicht-Covid-Patienten. Und wir haben unser elektives Programm bereits runtergefahren, sagte Schmitzer. Sprich, alle planbaren Eingriffe, die verschoben werden könnten, werden es auch. Das geht dann leider weiter hinter der Bezahlschranke. Und wir haben uns jetzt mal wieder gedacht, schauen wir doch mal in die Region, wie es dort ausschaut. Also wir haben natürlich in die, wie geschaut, Altöttingen, Burghausen und Mühldorf. Ja, und schau an, Altöttingen hat genau drei Covid-Patienten auf der Intensivstation. Zwei davon werden beatmet. Man muss immer dazu sagen, an oder mit Covid-19. Ja, und in Mühldorf am Inn haben wir drei ebenfalls auf der Intensivstation, an oder mit Covid-19. Ja, das andere Krankenhaus haben wir auch noch angeschrieben. Also wir haben alle angeschrieben, damit wir morgen die aktuellen Zahlen bekommen. Ich hoffe, wir kriegen die. Aber von 44 sind wir ganz ehrlich, wenn wir auf der Intensivstation nachrechnen, weit weg. Denn dann müssten in dem anderen weit über 30 liegen, wenn man vom aktuellen Stand ausgeht. Auch hier wieder wirklich Paniküberschrift, Paniktext. Und der Rest geht hinter der Bezahlschranke weiter. Aber wenn man die Zahlen in Relation stellt, hier kann es momentan nicht an den Personen liegen, die an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Dann gibt es Neues aus der USA. Das US-Impfgremium empfiehlt Biontech Notfallzulassung für 5 bis 11 Jahre. Wir haben ja auf eine Entscheidung gewartet. Und ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA spricht sich für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren aus. Das Entscheidende, die Teilnehmer des Gremiums bei einer Sitzung. Die Entscheidung ist nicht bindend. Die FDA folgt den Fachleuten aber in der Regel. Und eine endgültige Entscheidung der FDA wird noch in dieser Woche erwartet. Und im Anschluss an diese Entscheidung muss sich formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen. Und eine Impfkampagne, die für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA können, nach Angaben des Weißen Hauses, dann bereits im November starten. Und die Regierung werde innerhalb weniger Tage nach einer Zulassung 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärztekliniken und Apotheken ausliefern. Heißt es, auch in Europa haben Biontech Pfizer die Zulassung ja für Kinder beantragt. Da gibt es dann noch eine Meldung gleich von der EMA. Also es ist noch nicht endgültig entschieden oder es gibt noch nicht endgültig eine Notfallzulassung, aber sie ist jetzt eigentlich sehr, sehr nah. Und die EMA in Europa möchte vor Weihnachten über die Biontech Impfung für Kinder entscheiden. Die Europäische Arzneimittelagentur will möglichst bis Weihnachten darüber entscheiden, ob der Impfstoff von Biontech Pfizer bereits für Kinder ab fünf Jahren zugelassen wird. Der derzeitige Zeitplan für die Bewertung beträgt ungefähr zwei Monate, teilte die EMA dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Die Behörde sei bestrebt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Bewertung innerhalb kürzester Zeit abzuschließen. So eine EMA-Sprecherin gleichzeitig sei aber eine sorgfältige und solide Bewertung aller verfügbaren Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten in dieser sehr jungen Altersgruppe zu gewährleisten. Also auch hier bleibt es noch offen, bis wann das kommt. Und es gibt natürlich immer wieder Berichte, Meldungen, dass Kinder natürlich in dieser Pandemie sehr viel gelitten haben und das ja eigentlich auch noch weiter tun. Und in der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach psychotherapeutischen Leistungen für Kinder und Jugendliche einer Erhebung zufolge gestiegen. Und sie erhöhte sich im ersten Halbjahr dieses Jahres um acht Prozent gegenüber der vorpandemischen Vergleichsperiode der ersten sechs Monate von 2019 und wie das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung am Mittwoch in Berlin mitteilte. Und ja, lange Zeit habe der Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit auf den schwer erkrankten Covid-19-Patientinnen und Patienten sowie den vulnerablen Gruppen gelegen. Und die offenbar pandemiebedingten massiven psychischen Belastungen der unter 18-Jährigen machen sich jetzt zunehmend in der ambulanten Versorgung bemerkbar, sagte der ZI-Vorsitzende, der Dominik von Stillfried. Ja, man hat sie während der Pandemie vergessen und man vergisst sie eigentlich noch weiter, denn ihr wisst, Maske tragen, testen, Abstand halten, Hände waschen, übertriebene Hygiene geht auch jetzt noch weiter. Und ja, was soll man dazu sagen? Es sind einfach immer wieder die Kinder, die unter dem Ganzen leiden. Und auch gibt es Neues von den Tests. Ich hatte das hier in der Sendung, dass man ja in Mecklenburg-Vorpommern Tests aus dem Verkehr genommen hat, diese Deep-Blue-Tests hatten wir hier in der Sendung, weil die eventuell verschmutzt waren. Und jetzt ist es rausgekommen, der schlimme Verdacht hat sich bestätigt, laut Laboranalyse sind an zahlreichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern keimverseuchte Corona-Tests zum Einsatz gekommen. Wie viel waren es? Ja, das Lagos habe insgesamt 32 Proben aus vier Chargen der beanstandeten Antigen-Selbsttests des Herstellers Deep-Blue im eigenen Labor untersucht. Und die Proben stammen alle aus Beständen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und das Ergebnis war ein Schock. Alle 32 Proben waren makroskopisch, Verfärbung, Trübung, unangenehmer Geruch, auffällig. Es wurde eine bakterielle Verunreinigung mit Umweltkeimen bestätigt. Um was für ein Bakterium es sich genau handelt, ist allerdings noch unklar. Slagos hat nun ein für Medizinprodukte akkreditiertes Labor mit weiteren Untersuchungen beauftragt. Mit finalen Ergebnissen sei, in 10 bis 14 Tagen zu rechnen. Und in Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als zuständige Bundesbehörde empfiehlt das Lagos, die Anwendung des Tests weiterhin auszusetzen und auf andere Produkte zurückzugreifen. Ja, da eventuelle Gesundheitsrisiken aktuell nicht zweifelsfrei bestimmt werden können. Also nochmal Appell an alle Eltern, wenn dieser Test in der Schule Deep-Blue heißt, dann bitte hier drauf aufmerksam machen. Denn die Anwender könnten tatsächlich gesundheitlich gefährdet sein. Slagos veröffentlicht folgende Hinweise. Die Wahrscheinlichkeit für ein gesundheitliches Risiko steigt bei Aufeinandertreffen folgender Bedingungen. Bakterielle Verunreinigung des Produkts, nicht sachgemäße Produktanwendung und geschwächtes Immunsystem beim Anwender. Und der Hersteller wurde vom Bafam zur sofortigen Stellungnahme aufgefordert, heißt es in der Mitteilung vom Lagos weiter. Und in Abhängigkeit von dieser Stellungnahme sollen weitere Schritte festgelegt werden. Dann haben wir noch was vom Herrn Seehofer. Der musste auch seinen Senf zum Fall Kimmich dazugeben, denn der CSU-Politiker Horst Seehofer hat in der aktuellen Impfdebatte an Fußballprofi Joshua Kimmich appelliert, seine Bedenken aufzugeben und als Vorbild heranzugehen. Überlegen Sie es sich noch einmal und lassen Sie sich impfen, sagt der geschäftsführende Bundesinnenminister am Mittwoch im TV-Sender-Bild. Ja, Sie sind eine Persönlichkeit mit Vorbildcharakter. Und wenn Sie sich impfen lassen, werden andere Menschen sagen, dann mache ich es auch. Argumentierte Seehofer, impfen sei die Hauptwaffe im Kampf gegen die Corona-Pandemie, sagt der Minister, der selbst vollständig geimpft ist. Schauen wir mal, wann er der nächste Kandidat für die Quarantäne ist. Ja, und ausgezeichnet. Ich habe Fragezeichen drüber gemacht. Das ist wieder mal so eine Meldung. Die Frankfurter Virologin Sandra Sissek und die Wissenschaftsjournalistin mit dem unaussprechlichen Namen Kim am Ende erhalten den hessischen Kulturpreis 2021. Und die Laudatio auf die beiden Preisträgerinnen wird Sisseks Berliner Kollege natürlich der Christian Drosten halten, wie die Landesregierung am Mittwoch in Hessen bekannt gab. Drosten und Sisse gestalten gemeinsam den vielfach ausgezeichneten NDR-Podcast, das Coronavirus-Update. Und der Preis wird am kommenden Freitag, dem 5. November, von Ministerpräsident Volker Bouffier im Audimax des Frankfurter Universitätsklinikums überreicht. Die Auszeichnung ist mit 45.000 Euro dotiert und laut Landhessen der höchst dotierte Kulturpreis der Bundesrepublik Deutschland. Und die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, wird wie eben die Dame mit dem unaussprechlichen Namen Kim am Ende, für ihre Verdienste in der Corona-Pandemie ausgezeichnet. Und Sissek wurde vom Land Hessen im Oktober bereits mit einer Löwe-Spitzenprofessur geehrt. Damit erhält die Wissenschaftlerin fünf Jahre lang Fördergeld in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Ja, der ein oder andere wird auch diese Dame mit dem unaussprechlichen Namen Kim am Ende kennen. Sie hat ja da sehr viel für die Pharmaindustrie getan. Sie betreibt da sehr große Lobby und ja, wer sie noch nicht kennt, kopiert euch mal den Namen, schaut es mal an und macht euch selber ein Bild über diese beiden. Und dann gibt es noch was aus Australien. Ihr wisst ja, Tennis ist nicht gleich Tennis in Australien, denn der eine darf hin, der andere nicht. Und der australische Ministerpräsident Scott Morrison erklärt, dass nun auch nicht geimpfte Tennisspieler zu den Australien oben im Januar einreisen dürften. Wenn sie sich einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen damit, gilt für diese Spieler eine Ausnahmeregelung. Ballkinder, Fans und Schiedsrichter benötigen einen Impfnachweis. Und die Nummer eins der Herren, der Novak Djokovic, hat der vergangene Woche geäußert, möglicherweise nicht an dem Turnier teilzunehmen, da die Dinge sind, wie sie sind. Er weigert sich seinen Impfstatus offen zu legen. Das war die Meldung 14.01 Uhr auf NTV und 14.20 Uhr meldet BR24 Australien oben keine Ausnahme für Ungeimpfte. Die australischen Behörden bleiben streng und wollen keine ungeimpften Tennisprofis für das Grand Slam Turnier in Melbourne zulassen. Und die Hintertür für Skeptiker der Anti-Corona-Spritze bleibt verschlossen. Der australische Bundesstaat Viktoria hat sein klares Nein zur Einreise ungeimpfter Tennisprofis bekräftigt. Und die Fragezeichen hinter einem Start von Topstar Novak Djokovic in Melbourne werden damit deutlich größer. Und die Fragezeichen hinter dem Start ja. Boris Becker setzte darauf, dass sich der serbische Topstar einen Ruck gibt. Djokovic müsste eine Impfung gegen das Coronavirus nachweisen. Denn an der klaren Haltung von Victorias Premierminister Daniel Andrews ist offenbar nichts zu rütteln. Da sind wir gespannt, wie der Herr Djokovic sich entscheidet. Ähnlich wie der Herr Kimmich. Das sind solche Menschen, die jetzt einfach mal eine andere Meinung haben. Damit nicht unbedingt beliebt sind und damit auch nicht, ja, eigentlich auch geframed werden. Sagen wir es mal, wie es ist. Also schauen wir mal, ob er dann irgendwann teilnimmt oder nicht. Hier nochmal die wichtigste Meldung. Kein 3G in den Arztpraxen. Und das waren die zusammengefassten Themen für euch für Mittwoch. Ach, ist wieder viel los. Aber ihr wisst, es ist halt so, wie es ist. Und ich hoffe, ich konnte es wieder gut zusammenfassen für euch. Es ist heute ein bisschen später geworden, denn ich hatte heute einen Zahnarzttermin. Und ja, da dauert es danach immer ein bisschen länger, bis ich einigermaßen wieder reden kann. Also seht es mir heute nach, wenn es nicht so flüssig war. Aber morgen bin ich wieder topfit für euch. Natürlich. Ich sage natürlich an dieser Stelle, natürlich, natürlich, natürlich. Ich bin morgen wieder da. Danke an alle, die mich unterstützen. Und wenn auch du mich unterstützen willst, dann schau einfach in die Kanal-Info bei YouTube, bei Odyssee. Und da erfahrt ihr einfach, wie es geht. So, jetzt Gedanken zum Schluss. Was sind heute meine Gedanken zum Schluss? Ja, Landtag abberufen des Volksbegehren in Bayern hat geändert. Ich glaube, 20 Uhr haben die letzten Büros zugemacht. Jetzt wird kräftig gezählt und wir sind natürlich gespannt, was dann am Ende rauskommt. Ruhig war es um den Herrn Söder in der letzten Zeit. Ein bisschen, man hört recht wenig über ihn, ob sich das jetzt ab morgen ändert, wenn die Unterschriftmöglichkeit nicht mehr gegeben ist in Bayern. Da sind wir gespannt, was jetzt vielleicht dann wieder vermehrt von ihm kommt. Ja, und ansonsten. Ansonsten fällt mir eigentlich heute gar nicht so viel ein, außer, dass ich ganz ehrlich bin, dass ich jetzt einfach mal gespannt bin, wie das medial aufgearbeitet wird, dieses Volksbegehren in Bayern. Also A, wie viele Unterschriften hat es zusammenbekommen und B, hat es vielleicht für die Millionen gereicht? Hat es nicht gereicht? Wir wissen es nicht, es ist schwierig einzuschätzen und vor allem, wenn es gereicht hat, was das auslöst und wenn es nicht gereicht hat, was dann der Mainstream daraus macht, wie er das Ganze ausschlachtet und vor allem, wie viele Meldungen kommen, wenn es nicht zu der Millionen Stimmen gereicht hat oder Unterschriften gereicht hat. Ob es dann mehr Meldungen gibt, wo sie das Ganze wieder framen im Vergleich zu der Werbung, das die Mainstream-Medien vorher nicht gemacht haben für das Volksbegehren in Bayern. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da die nächsten Tage kommt und passiert. Und wie immer, ich sage euch, es wird ruppig, aber wir kommen da zusammen durch. Also ich bin da nach wie vor echt entspannt. Ich habe heute auch einen Impfbus besucht, habe mir das mal angeschaut. Der war heute am Supermarkt gestanden und da stehen die alle stolz davor und lassen sich am Impfbus impfen. Und es ist, wie es ist. Manchmal, man ärgert sich natürlich, was heißt man ärgert sich? Wir wollen ja, wir wollen ja alle akzeptieren, so wie sie sind. Wer sich impfen lassen möchte, darf das doch gerne tun. Wir sind ja tolerant. Was ich nur einfach immer wieder kritisieren kann, ist, dass denen Menschen leider wirklich die Informationen fehlen. Es wird einfach immer wieder so viel zurückgehalten, nicht gegeben oder hinter Bezahlschranken oder Überschriften falsch dargestellt und dann im Text was ganz anderes weiter oder preisgegeben. Und mich würde immer mal interessieren, wenn die Menschen mehr Informationen hätten, also wirklich von beiden Seiten, ob sie sich dann da auch noch impfen lassen würden an einem Impfbus. Wo man sagt, ich gehe mal so schnell vorbei im Impfbus, lass mich impfen, gehe dann noch einen Kasten Limo einkaufen. Ich habe beinahe gesagt Bier, aber ich glaube, die trinken kann es. Wie auch immer. Wie das dann sich so verändern würde. Und wenn man die Menschen fragt, warum tust du es, dann kommt immer wieder, ich möchte mal Freiheit zurück. Es ist in seltensten Fällen, ich habe Angst vor Corona. Ja, bei manchen ist es auch die Angst. Aber bei vielen ist es einfach nur, weil sie überall wieder teilnehmen wollen. Und das ist immer wieder schwierig. Und wir haben uns immer wieder gefragt, wie können wir noch Menschen erreichen und Informationen zu geben. Und da kommt viel, wir sind dran. Und ich denke, das wird eine spannende Zeit für uns alle. Aber eines dürfen wir nicht und zwar aufgeben und verzagen, weil das kommt nicht in Frage. Und das machen wir auch nicht. Aber es muss sich einiges ändern und da sind wir gespannt, wie das wird. Jetzt genießt noch euren Mittwoch. Ist eh schon spät genug. Mensch, es ist gleich 9 Uhr. Also sorry, morgen verspreche ich pünktlicher zu kommen. Bis dahin natürlich gute Zeit und wem an der Stelle bleibt in der Mitte. Wir sind viele, wir werden immer mehr. Schaut auch beide Seiten an. Das ist ganz wichtig. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Euer Dirk. Tschüss.